Hallo bei Learning Level Up. Unser Thema ist der Aufbau und die Funktion des Magens. Der Magen ist ein muskulöses Hohlorgan des Verdauungstraktes. Er befindet sich zwischen der Speiseröhre und dem Zwölffingerdarm. Seine Aufgabe besteht darin, Nahrung aufzunehmen, sie mit saurem Magensaft zu vermengen und sie dadurch zu zerkleinern. Dadurch entsteht ein Speisebrei, der schubweise in den Dünndarm weitergeleitet wird. Wie lange dieser Prozess dauert, hängt von der aufgenommenen Nahrung ab, als ob sie fest oder flüssig war, und von der Zusammensetzung, als ob man Fette, Kohlenhydrate oder Eiweiße aufgenommen hat, aber auch von den körpereigenen Signalen, wie Hormonen oder dem Füllzustand des Magens. Nun schauen wir uns die einzelnen Teile des Magens an. Die Nahrung gelangt von der Speiseröhre in den Mageneingang. Der Mageneingang besteht aus einem 1 bis 2 cm breiten oberen Magenmund. Oberhalb des Mageneingang wölbt sich blindsackartig das Magengewölbe. Die nach innen gewölbte, gegenüberliegende Seite des Magens nennt man kleine Magenkrümmung oder innere kleine Kuvertur. Und die nach außen gewölbte Seite des Magens wird große Magenkrümmung oder äußere große Kuvertur genannt. Wenn jetzt Nahrung den Mageneingang passiert hat, tritt sie in den Magenkörper ein. Der Magenkörper bildet den Hauptteil des Magens und dieser geht bis zum Förtnerabschnitt, dem sogenannten Magenausgang. Der Magenausgang besteht aus dem Eingangssegment, dem Förtnerkanal und dem Magenförtner. Der Magenförtner wiederum besteht aus einem ringförmigen Schließmuskel, der den unteren Magenmund abschließt. Der Magenausgang bildet den Übergang zum Zwölffingerdarm. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Themen, dann schaut doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!